So, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer und Total Warhammer-Freunde, heute sehen wir uns mal an, was es Neues gibt zum kommenden DLC für Total War Warhammer. Also, schauen wir uns mal die News an in den letzten Tagen. Entschuldigung, Entschuldigung, wo bleibt Thrones of Decay? Wo bleibt was Neues für Papa Nörgel? Immer diese Nörgel-Pants. Imperium-Zwerge-Forever. Ich brauche immer einen Sound-Effekt. Ja, Leute, während ihr wahrscheinlich und ich auch immer mal wieder auf euren Helldikes unterwegs seid, um die Bugs und die Roboter von, was weiß ich, Malevolent Creek zu vertreiben, zu Recht, ist auch ein ziemlich geiles Spiel. Ich stream's nur nicht so gut. Ja, suchen wir nach News to Thrones of Decay, dem neuen DLC für Total Warhammer. Nörgel, Imperium und Zwerge bekommen da ja ein Update und ich habe da in der Vergangenheit ja auch bereits ein Spekulationsvideo zu diesem Thema gemacht, was ganz gut angekommen ist. Und übrigens auch zu Leaks im Laufe dieser Woche, vielleicht spätestens Anfang nächste Woche, mache ich auch mal ein Video dazu, wo diese Leaks eigentlich spezifisch herkommen, weil das finde ich auch ganz interessant. Übrigens, vielen Dank für all die zahlreichen Kommentare in den letzten Videos. Ich habe auf viele, viele geantwortet, aber ein paar sind noch offen, insbesondere die deutlich längeren, denn dafür möchte ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen, um das auch angemessen zu würdigen. Nun, Thrones of Decay lässt noch auf sich warten. Wo stehen wir momentan und was waren eigentlich die Prognosen? So, also hier, das ist ja der Hamster-Train, nicht mehr Hype-Train, einer der Kommentatoren hat geschrieben, ist der Hamster-Train, nicht Hype-Train. Wir sind jetzt mittlerweile Anfang April angekommen und ja, das Total War 1 ist vielleicht hier ein bisschen übertrieben. Das ist ja nach den neuesten Informationen von Legend of Total War ein 19. Jahrhundert-Total War, historisches Spiel, das rauskommen soll und vermutlich so in den Anfang des Ersten Weltkriegs hereinreichen wird. Das ist schon mal ganz nett. Also lasst übrigens gerne das Abo da und den Daumen hoch, wenn ihr über die neuesten Warmer-News informiert bleiben wollt. Natürlich auch den Thrones of Decay DLC, der in sehr absehbarer Zeit geteasert wird. Ich denke, da können wir uns sicher sein, denn aus den letzten Leaks kam ja raus, dass Thrones of Decay eigentlich für April geplant worden ist. Und eigentlich langsam aber sicher sein Erscheinungsvideo rausprügeln sollte, den ersten Teaser dazu. Dass das nicht passiert ist, ist vermutlich dem zu Schulde zu kommen, also dem zu, kommt wahrscheinlich daher, Deutsch ist schon manchmal schwer, wenn man so einen ganzen Satz formulieren muss, dass bei Creative Assembly erst vor einigen Tagen wieder zusätzliche Stellen gestrichen worden sind und das mit Garantie den gesamten Betrieb wieder über den Haufen geworfen hat. Übrigens, ich habe mir sehr, sehr, sehr viele Kommentare zu meinem Spekulationsvideo abgespeichert, zu dem Thema, was sind eure Spekulationen, was als Update für Thrones of Decay kommt. Ihr von Dexter und Splitterow und Yannick und Nordstern und Maritius und Joker und Homer Simpson. Er hat immer sehr intensive Meinungen, bedanke ich mich auch sehr dafür. Endlose Lehre, Elitin, Religo und Tobias Schütter. Und dann werden wir dann gucken, wenn der DLC rauskommt und geteasert wird, wer hier am Ende tatsächlich, oh, Onikop auch, wer tatsächlich am Ende Recht hatte. Denn darum geht es hier, wer mit seinen Spekulationen zum DLC Recht hatte. Weil es ja alles Spaß hat. Leute, kann man alles nicht so ernst nehmen. Also sollte man ihn nicht so ernst nehmen. Es geht ja hier trotzdem um Spiele und nicht um Leben und Tod. Also wie gesagt, Hype-Chain verschiebt sich alles ein kleines bisschen. Und die Community ist bereits relativ rasend. Was heißt sie rasend? Naja, es gibt immer so, wer das Ganze ein bisschen mehr im Detail verfolgt. Und das bin natürlich ich. Ich bin ja Content-Creator dazu. In meiner Hobby-Zeit, gerade auf dem Reddit, das fand ich interessant, sehr viele Einträge dazu, dass die Leute unbedingt News haben wollen. Please, can I have some news? Und das fand ich sehr, sehr gut hier. For the curious, hier hat ein User, nämlich Haki Meitei, einmal aufgelistet, an welchen Tagen ein gewisser Trailer zu einem DLC oder Update rausgekommen ist. Und das habe ich mir genommen und gedacht, hey, kann ich hier die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der ein Release an einem gewissen Tag rauskommt? Und Blood Bowl hat mich gelernt, dass Wahrscheinlichkeiten alles sind. Es sei denn, man würfelt richtig gut. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir diese ganzen Release-Dates rausgenommen, die Tage, und hier in eine Excel. Weil wenn ich was aus meiner Hauptarbeit gelernt habe, abgesehen davon hochtrabend zu reden, mich ausgewählt und langsam auszudrücken, damit das auch jeder versteht, was ich sage, habe ich auch viel Excel gelernt. Und PowerPoint. Ja, bei der Arbeit auch eine unendliche PowerPoint. Das ist geil. Ja, gut, aber wie auch immer, Excel-Skills, da habe ich jetzt hier die ganzen Releases eingetragen, Montag, Dienstag, Mittwoch, was kommt noch, Mittwoch, Donnerstag, genau, Freitag, Samstag, Sonntag. Und habe in dieser Excel-Tabelle hier, wollen wir mal hier vielleicht noch die Ecken, die Konturen noch mal ein kleines bisschen breiter, dann sieht das alles noch mal ein bisschen, sieht das schöner aus, ich weiß nicht, okay. Sieht auf jeden Fall fetter aus. Und habe jetzt mal die Release-Wahrscheinlichkeit aufgetragen als Funktion des Wochentags. Ich mache es noch mal ein bisschen fetter, damit es noch ein bisschen besser, ja, jetzt kommt das gut raus hier im Video. So, Release-Wahrscheinlichkeit, die Punkte müssen eigentlich auch noch größer werden. Kann ich die noch größer machen? Oh, fuck, das ist eine Linie. Egal, okay, das sollte man eigentlich nicht eine Linie durchziehen, aber ist schon zu spät. Okay, so sieht das Ganze aus. Eins ist unten, der Wochentag ist Montag, sieben ist Sonntag. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist geplottet aus den Anzahlen an Releases, an dem jeweiligen Wochentag, ja, die Anzahl, die Gesamtzahl an Releases waren 22. Das heißt, bisher, wer alle DLCs und alle Spiele hat, hat sich 22 Produkte von Creative Assembly gekauft. Vielleicht sind auch 3 DLCs dabei gewesen, Moment. Norsecar, Warmer 2 Announcement, Shadow of Blabla, Ogre King, Champions of Chaos, okay. Ne, okay, ne, da sind auch die Champions of Chaos dabei. Und die hatten ja, die hatten ja nicht alle extra was gekostet. Also, passt soweit, passt soweit. Habe ich auch alle mitgenommen. Ja, Chaos Dwarfs, Shadows of Change, ja. Ich glaube, da ist alles drin. Okay, das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir einen DLC am Dienstag, das ist jetzt heute schon vor zwei Tagen, wenn ihr dieses Video gesehen habt, dass da was released wird, war 40% und die Wahrscheinlichkeit, dass am kommenden Donnerstag ein Release kommt. Und mit kommender Donnerstag meine ich heute. Das ist krass, das mit den Videos kreist immer so ein bisschen durch die Zeit, ist erneut 40% Wahrscheinlichkeit für einen Teaser. Und wenn wir dann am Freitag ankommen, reduziert sich diese Wahrscheinlichkeit auf eine mickrige 4,55%. Das ist fast nix. Das ist ja so fast wie eine Doppel-1 bei Blood Bowl. So ungefähr von der Wahrscheinlichkeit her. Wohingegen die 40% eher so in Richtung, ähm, 40%, was weiß ich, was ja. Ungefähr eine 4+, passt natürlich nicht ganz genau, aber sei es drum. Sei es drum. Also es ist nicht sehr wahrscheinlich. Und wenn heute also kein Update kommt, werden wir wahrscheinlich nächste Woche den ersten Teaser sehen. Aber auf der anderen Seite ist es mir wirklich unglaublich viel lieber, dass Creative Assembly sich Zeit nimmt mit dem DLC. Ich meine, wir reden hier von Tagen und es ist jetzt auch nicht so, als sitze ich auf blühenden Kohlen und die meisten der Zuschauer vermutlich auch nicht. Das soll von mir aus noch eine Woche länger dauern. Soll von mir aus auch noch einen Monat länger dauern. Vielleicht nicht unbedingt ein halbes Jahr, aber so ein paar Wochen und ein paar Monate gebe ich ihnen gerne Zeit. In der Zwischenzeit hält mich auf jeden Fall die Helden-Kampagne, die Hero-Challenge momentan bei Laune. Die macht mir nämlich richtig Spaß. Guckt gerne rein, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denn, naja, nicht so krass drauf sein, Leute. Ich meine, hier, Baron Lloyd schreibt hier, Bro, if you really love your followers, drop some fucking food already. Wir wollen, Leute, wirklich dringend, ähm, dringend Updates haben und, naja. This doesn't help. Den fand ich ganz total. So, please see a release, Thrones of Decay. Simple teaser would be great. I'm begging you. Listen up. When everything seems doomed and you are tired of waiting, remember these words. You are Thrones of Decay. Ja. Ich hoffe, Creative Assembly und die Mitarbeiter dort lassen sich dadurch nicht zu viel Druck machen und lassen es einfach hier. Thrones of Decay will move out of its tenant release window of winter 2023. Thrones of Delay. Wir wissen ja alle, dass ein gutes Spiel braucht Zeit. Und übrigens, vielleicht auch noch ein Kommentar zu dem letzten, relativ dramatischen Video. Das Ende von Total Warhammer. Ja, da gibt es auch viele Kommentare dazu. Und generell würde ich sagen, hört sich dramatisch an, was Legend of Total Warhammer dazu gesagt hat. Aber auf der anderen Seite, wie auch in dem Video gesagt, finde ich das gar nicht so überraschend oder so tragisch. Denn, ich habe ja durchgezählt, wenn noch, wie viele sechs DLCs kommen, haben wir insgesamt genauso viele wie für Total Warhammer 2. Und dann wird das Spiel wahrscheinlich noch zwei Jahre laufen. Und irgendwann muss es ja zu Ende kommen. Es fühlt sich auch alles nicht mehr so fresh an. Und ich fand, im Großen und Ganzen war die Total Warhammer-Reihe bisher auch sehr, sehr gut. Ich hatte sehr große Freude und viel Spaß mit Total Warhammer 1 und mit Total Warhammer 2. Und zugegebenermaßen, mit dem sogenannten dritten Teil, haben sie dann schon ziemlich abgebaut. Und da habe ich die eine oder andere schlechte oder nicht so gute Entscheidung getroffen, was die Richtung angeht, in die sie dann gegangen sind. Aber auf der anderen Seite, man, nichts ist perfekt. Und im Großen und Ganzen ist es auch jetzt mittlerweile, denke ich, wieder in Ordnung. Auch wenn die Hochzeit vorbei ist. Kommt halt einfach dadurch, dass es schon so lange läuft. Ich meine, wir haben halt die geilsten Sachen schon bekommen. Es sei denn, Imperium und Zwerge werden mega geil. Also, da hat Creative Assembly definitiv noch viel Möglichkeit, so richtig auf den Putz zu hauen. Und sie haben sich ja auch eine ganze Menge Zeit gelassen. Wenn wir uns das jetzt mal ansehen. Der letzte große DLC. Ich meine, Shadows of Change. Kann ich nicht mit gutem Gewissen einen großen DLC nennen, der hier im August und September rausgekommen ist. Also, das war meiner Meinung nach immer noch, es war nicht geil. Das gehört zu der ganzen, ja, etwas Enttäuschung, die Creative Assembly im Rahmen von Tolo Warmer 3 eher produziert hat. Warum auch immer. Ich meine, es wurden Stellen reduziert. Und es wurden, ja, wahrscheinlich wurde viel auch Fokus auf das kommende Tolo Warmer 40k gesetzt. Da gibt es auch einige, ja, eher besorgte Meinungen dazu, dass Creative Assembly das vielleicht nicht richtig hinkriegen würde. Ich glaube schon, dass das prinzipiell geht. Aber das heißt, wir hatten jetzt seit dem letzten, meiner Meinung nach, doch schon sehr halb gar ein Shadows of Change DLC. Das ist ja fast Juli. Also, ein Dreivierteljahr Entwicklungszeit. Und Creative Assembly hat sich meiner Meinung nach wahrscheinlich sehr, sehr am Riemen gerissen. Weil dieser DLC, der muss sitzen, Leute. Der muss sitzen. Selbst Hamstermann wartet hier auf diesen DLC. Ich meine, insbesondere hier Imperium und Zwerge sind zwar Top-Priorität, aber auch Nörgle. Okay, kriegt bestimmt einiges an Liebe. Wenn die Hauptfraktionen für Total War Warhammer so richtig geil werden mit dem DLC, vielleicht irgendeine Interaktion zwischen Imperium und Zwergen. Es gibt auch die Nemesis-Krone, zu denen ein Modder ja mal was gemacht hat. Wenn das geil wird, dann bekommt das Spiel, denke ich mal, wieder so einen richtigen Boost, weil alle warten auf Imperium und Zwerge. Natürlich nicht alle, aber ich bin ja auch ein Imperiums- und Zwerge-Fanboy. Okay, dann hält uns das Ganze sicherlich noch für eine ganze Weile bei der Stange. Und Thrones of Decay hat ja vom ursprünglichen Release-Plan wahrscheinlich jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, so knapp 6 Monate Verzögerung. Daher Creative Assembly, mach hier bitte was Gutes. Ich meine, Shadows of Change, vielleicht dazu noch ein Kommentar, warum ich der Meinung bin, dass das jetzt nicht so mega geil war. Es gab zwar eine Reihe von neuen Einheiten und Modder aus der Hamster-Community haben mir gesagt, okay, für so ein relativ neues Modell brauchen sie vielleicht so 24 Stunden Arbeit, die sie da reinstecken. So ein professioneller Mitarbeiter von Creative Assembly macht das sicherlich noch mal ein bisschen schneller. Und lass 30 Einheiten sein. Das ist jetzt nicht der mega heftige Aufwand. Es gab auch nicht wirklich viele Videoszenen und die Kampagnen-Mechaniken waren auch so mehr oder weniger alle Reused Assets von den Chaos-Zwergen. Kiesle fahrte nie in einer anderen Kampagne. Die Quest-Schlachten waren auch so immer mehr. Das hat schon sich nicht angefühlt, als ist viel Liebe hier reingeflossen. Oder jedenfalls, sagen wir, Liebe war schon von den bestimmten Entwicklern, die daran gearbeitet haben, bestimmt, ich glaube schon, dass die sehr gerne tun, was sie tun. Und es mit guter Qualität machen, wenn man ihnen eben die Zeit gibt. Und ich hoffe, die ganze Zeit ist stattdessen hier in Thrones of Decay geflossen. Und ich kann das dann mit gutem Gewissen empfehlen, wenn das Ding rauskommt. Und wir haben auch richtig viel Spaß mit der nächsten Imperiums- und der nächsten Imperiums-Kampagne. Also, hated CA nicht. Ich bin da vielleicht auch nicht immer mit dem richtigen oder mit dem angemessenen, meiner Meinung nach mittlerweile angemessenen, Vorbild vorangegangen. Sie sind nicht böse. Rob Bartholomew, der Chief Operating... Ich habe von CPOs, Chief Product Officer, der gegangen worden ist, hat sicherlich auch versucht, sein Bestes zu tun. Und manchmal steckt man in einer Situation, aus der man nicht mehr rauskommt und von Zwängen erfüllt ist und dann vielleicht die Basis, von der man ausgeht, vergisst. Und wer weiß, wer weiß, wer weiß, bestimmt, keiner von den Menschen ist irgendwie eine schlechte Person. Und nichtsdestotrotz muss man das Produkt, das hier produziert wird, auch natürlich entsprechend einordnen, dem, was da rausgekommen ist. Und Shares for Change war einfach nicht so mega gut. Und ich wünsche Creative Assembly auf jeden Fall das Beste mit der neuen Führung, die sie wahrscheinlich haben werden und die neu eingesetzt wird und den neuen Teams, auch wenn sie kleiner sind. Und ich hoffe, all den Mitarbeitern, die dort gehen mussten, eine schnelle Neueinstellung und Freude und finanzielle Sicherheit an ihren neuen Stellen. Denn, ja, in einer Firma zu sein, bei der nicht weiß, wen als nächstes der Bannhammer oder der Kündigungshammer trifft, ist bestimmt nicht unterhaltsam. Ja, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Daher bin ich auf jeden Fall jetzt bereit, sehr viel milde erstmal walten zu lassen und mir mit sehr, sehr großem Wohlwurm Thrones of Decay anzusehen. Und ich hoffe, ihr seid dabei, hier beim Hamsterkanal. Soviel zum heutigen Video. Ich gehe nicht davon aus, dass wir heute News bekommen, aber wir werden sehen. Ihr werdet es hier auf dem Kanal sehen. Dann macht's gut. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Oh, hell the mighty, he's a-risin' from the deep. With tons of sails and incredible tales, we're caught in endless seas. A-RID! D numéro 2 D Anotherune A-RID! Kita soク! D Super Woll這邊! D D However,